Oh ja, hier ist noch Diarrhoe. Die kann ich gut gebrauchen. Was haben wir hier? Ach du Scheiße. Jetzt guckt euch das an. Äh, einmal, lieber Herr Kittenkurmler, wie sind Sie denn hier wieder raus? Ich will jetzt hier nicht sterben, Alter. Äh, wie ist denn der hier wieder rausgekommen? Ich sehe da momentan keine Möglichkeit, weißt du was? Ich hau ihm jetzt mal einen Klotz rein. Ne, ich habe gedacht, vielleicht ist er ja hier drüben, hat er einen Gang rüber gebaut und ist hier. Hä? Was ist das denn jetzt? Hä? Ach da. Hä? Was? Ach ja. Das ist sehr verwirrend hier, Herr Kittenkurmler, Herr Kuttenkurmler. Das ist wirklich, ähm, die Kuttenkurm ist. Ja.